Elon Musk will Chips ins Hirn pflanzen. Würdet ihr das machen? Ja, aber erst in 40 bis 50 Jahren, wenn es jeder macht und das sicher ist. Auf keinen Fall werde ich die erste Version testen, da man im schlimmsten Fall bei einem Error stirbt. Sterben muss jeder. Wer weiß, vielleicht bringt Elon Musk ja bald einen Roboter heraus, in dem man seine Seele einpflanzen kann. Oder das? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal.